Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.tv. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um ein Thema und da musste ich mir ein paar Sachen aufschreiben, nämlich heute geht es um Liebsoptionen. Was sind eigentlich diese Liebsoptionen? Für was kann man sie nutzen und wofür nutze ich sie ganz speziell? Liebsoptionen. Das Schwierigste an dem Ganzen ist schon mal der Name. Liebs, L-E-A-P-S. Was heißt das eigentlich? Ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben. Und zwar, das heißt Long Term Equity Anticipation Securities. Auf gut Deutsch, das sind einfach Optionen mit einer sehr, sehr langen Laufzeit. Ganz pauschal kann man sagen, das sind Optionen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Diese Liebsoptionen, die gibt es überall, die gibt es in den USA, die gibt es an der Eurex und die sind vom Aufbau grundsätzlich genauso wie ganz normale Optionen, also wie eine Weekly Option oder wie eine Standardoption, bloß eben, dass sie diese lange Laufzeit haben. In Amerika ist es so, dass es momentan gibt es Optionen bis in den Dezember 2019 hinein, also ungefähr mit 1000 Tagen Restlaufzeit, also fast drei Jahren. Das sind dann Indexoptionen, also zum Beispiel auf den SPX oder auf den Spyder. Auf einzelne Aktien gibt es das in der Regel zwei Jahre im Voraus und bei den Liebsoptionen in den USA laufen die immer bis in den Dezember. Also das sind immer Dezember-Optionen. Interessanterweise an der Eurex, wo also die Optionen auf deutsche Aktien gehandelt werden oder auch zum Beispiel Indexoptionen auf den DAX, da haben wir was ganz Interessantes, nämlich da gibt es sogar noch länger laufende Optionen, denn da gibt es sogar Optionen, beispielsweise auf den DAX bis in den Dezember 2021, also wirklich richtig lange hin. Muss man jetzt allerdings sagen, da gibt es so gut wie keine Umsätze. Der Dezember 2020, da gibt es aber schon ganz gute Umsätze und ich habe mir auch mal angeschaut, paar einzelne Aktien, Allianz zum Beispiel und so, auch da gibt es an der Eurex Optionen mit mehr als drei Jahren Restlaufzeit und das könnte eine sehr, sehr interessante Situation sein oder sehr, sehr interessante Handelsmöglichkeit sein, wenn folgendes eintritt und zwar, darüber reden wir jetzt. Was ist das Besondere an so einer langlaufenden Option? Wenn man sich das mal überlegt, wie setzt sich der Preis einer Option zusammen? Da gibt es inneren Wert, der kann vorhanden sein, der muss nicht zwingend vorhanden sein und aber natürlich dem Zeitwert. Der Zeitwert muss natürlich umso größer sein, je länger diese Optionen laufen und gleichzeitig muss natürlich der Zeitwertverfall dieser Optionen gerade zu Beginn sehr, sehr langsam sein. Ihr kennt alle dieses Bild, Zeitwertverfall am Anfang relativ langsam, da geht es steil nach unten und wenn ich eben jetzt eine Option habe, die ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht sogar drei Jahre Restlaufzeit hat, dann hat die natürlich zu Beginn einen sehr, sehr geringen Zeitwertverfall. Also wenn du so eine Option kaufst und erhältst die mal zwei Wochen, dann hast du so gut wie keinen Zeitwertverfall zu verzeichnen. Du musst natürlich einen entsprechend hohen Zeitwert aufwenden. Und das wird zum Beispiel ganz gern genutzt, wenn man sagt, okay, es gibt diese Strategie, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal darüber gesprochen haben, wenn nicht, holen wir das nach, diesen sogenannten Poor Man Covered Call, also den armen Leute Covered Call, wo man eben nicht die Aktien kauft, sondern eine langlaufende Option. Da bietet sich hier so eine Liebsoption an und dann eben kurzlaufende Calloptionen dagegen schreibt, weil der Vorteil ist natürlich, du hast keinen Zeitwert oder kaum Zeitwertverlust in der sehr langlaufenden Option. Genauso könnte man solche Optionen nutzen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte Aktien kaufen. Nehmen wir mal an, zum Beispiel, du kaufst Apple. Und wir schauen uns mal einen Chart hier von Apple an. Ihr seht, Apple gerade neues Allzeithoch gemacht, kostet irgendwas um die 140 Dollar so ungefähr. Und jetzt könntest du ja sagen, okay, ich möchte diese Aktie kaufen. Dann musst du natürlich hier entsprechendes Geld aufwenden. Also zum Beispiel 100 Stück, kostet dich dann eben 14.000 Dollar. So, jetzt könntest du aber hergehen, könntest sagen, ich habe ein absolut positives Bild von dieser Aktie und deswegen möchte ich sie haben. Ich möchte bloß nicht so viel Geld aufwenden. Jetzt könntest du dir eine sehr, sehr langlaufende Option kaufen, zum Beispiel zwei Jahre Restlaufzeit. Und würdest du für so eine Option am aktuellen Strike, zum Beispiel einen 140er Call, würdest du momentan ungefähr so 18 Dollar bezahlen. Also das heißt, 8.800 Dollar für eine Option, sprich 18 Dollar pro Aktie. Und jetzt hast du natürlich auf der einen Seite 14.000 Dollar und hier eben nur 1.800 Dollar. So ist es genau. Das heißt, nur ungefähr 13 Prozent. Das heißt, viel, viel weniger Liquidität, die du aufwenden musst. Pferdefuß daran ist natürlich, wo kommt die Aktie ins Geld? Also wo muss es hinlaufen? Natürlich muss diese Prämie, die 18 Dollar, was reiner Zeitwert ist, erst mal verdient werden. Das heißt, am Ende liegt dein Break-Even natürlich erst einmal nur bei oder erst bei 160. Also eben auch ungefähr 13 Prozent über dem aktuellen Preis. Das heißt, da muss ich schon in den nächsten zwei Jahren ordentlich was bewegen, damit du am Ende mit so einer Option ins Geld kommst. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen für mich persönlich das Handicap. Deswegen, ich bin nicht ganz so der große Fan von solchen Optionen, wenn man sie kauft. Wie gesagt, mal für eine Spekulation, wenn du sagst, die bricht geradeaus für zwei, drei Wochen. Bevor ich mir 100 Stück kaufe, kaufe ich mir lieber eine Liebs-Option. Habe ich kaum Zeitwertverlust, kontrolliere auch 100 Aktien und nehme da entsprechend auch was mit. Wisst, wenn ihr eine Delta 50 Option kauft, wäre es so, als würdet ihr 50 Aktien kaufen. Das ist natürlich viel, viel billiger, dann mit der Option umzusetzen, als mit der Aktie selbst. Jetzt gibt es allerdings noch einen Punkt, der mir persönlich bei diesen Liebs-Optionen ganz besonders gefällt. Nämlich, jetzt müssen wir so ein ganz klein wenig in die Griechen hineingehen. Wir wissen ja alle, ein ganz wichtiger Faktor bei den Optionspreisen ist auch die Volatilität. Und die wird gemessen am Vega. Vega ist die Kennziffer für Volatilität. Das heißt, das Vega gibt an, wie sich der Preis einer Option verändert, wenn sich die Volatilität um 1% verändert. Und wir machen das mal am Beispiel des S&P 500, also am Spider. Jetzt schauen wir uns mal an, wie da momentan bei zwei verschiedenen Optionen auf den Spider die Vegas verteilt sind. Und zwar, ich habe euch das mal hier in den Chart eingeschrieben und da seht ihr eben hier als allererstes einen, oder seht ihr auf der linken Seite, seht ihr eine relativ kurzlaufende Option, 50 Tage ungefähr, einen Add-the-Money-Put. Und da seht ihr hier, ich muss es mir selber, ich habe mir das notiert, einen Vega von 0,3805. Also sagen wir einfach 0,38. Okay? So, jetzt schauen wir uns die langlaufende Option an, die also viele, 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 viele Monate in der Restlaufzeit hat, fast drei Jahre. Und die hat eben einen Vega von 1,46. Das heißt, das Mehrfache. Und was ist jetzt das Spannende daran? Überlegen wir mal, was passiert, wenn die Märkte auf Tauchstation gehen. Die Märkte gehen runter. Was geht gleichzeitig hoch? Die Volatilität geht hoch. Und da die Volatilität über das Vega auf den Preis der Optionen wirkt, was wird also besonders teuer? Die langlaufenden Optionen. Das passiert jetzt nicht, wenn es mal eine ganz schnelle Bewegung an einem Tag gibt. Aber wenn es Bewegungen gibt, wo wirklich mal die Wohler ein bisschen anspringt, also wenn mal der Markt 10% runtergeht, wir wollen gar nicht von 20, 30% reden, 10% würden schon vollkommen genügen. Dann werden diese langlaufenden Optionen natürlich super teuer. So, und jetzt kommt der spannende Effekt. Wenn so etwas passiert und wir bekommen beispielsweise diese Panikzeichen und sagen, okay, jetzt wollen wir Optionen verkaufen, dann lohnt es sich extrem, diese super, super langlaufenden Optionen zu verkaufen, weil die dann besonders teuer geworden sind. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt geht ja auch die Volatilität wieder runter. Das heißt, das Vega wirkt jetzt für uns. Und der Preis der Optionen sinkt auch wieder entsprechend. Das bedeutet, diese langlaufenden Optionen verlieren unheimlich schnell an Wert, gemessen am Zeitwert, den sie noch haben. Und da können wir eigentlich in relativ kurzer Zeit eine sehr, sehr hohe Prämie generieren. Das heißt, nach einem Crash ist es viel besser, langlaufende Optionen zu verkaufen, als kurzlaufende Optionen. Und einer, der das ja erkannt hat, ist, man muss es immer wieder sagen, ein schlauer Mann, Warren Buffett. Ihr kennt alle den Buffett Trade, den Buffett Options Trade, haben wir ja auch schon mal besprochen im Kanal. Und der hat ja auch diese Indexoptionen verkauft. Das sind zwar out of the money, over the counter Optionen, also das heißt, die nicht börsengelistet sind, die aber ja genauso berechnet werden. Wo er ja auch Laufzeiten, ich glaube, von 9 und 19 Jahren gemacht hat. Also extrem lang. Warum? Weil er einfach weiß, dass der riesige Zeitwert natürlich für ihn dann arbeitet. Und weil er da relativ sicher gute Prämien kassieren konnte, hat er damit auch mittlerweile ein paar Milliarden verdient. So, und deswegen mein Tipp für euch. Schaut euch mal Liebsoptionen an und habt vor allen Dingen im Hinterkopf, wenn es mal kracht, sowohl in der einzelnen Aktie, aber ganz besonders dann, wenn der Markt mal kracht. Und ihr sagt, okay, jetzt möchte ich wieder in den Markt einsteigen. Wo bekomme ich die besten Prämien? Dann schaut euch in so einem Moment Liebsoptionen an, in dem Falle die Puts, und verkauft dann langlaufende Puts. Und ihr werdet sehen, allein durch den Rückgang der Volatilität werdet ihr mit diesen Puts extrem schnell Geld verdienen. Und das ist viel besser, als wenn man dann kurzlaufende Optionen verkauft. Wobei man immer denkt, Mensch, kurzlaufende, schneller Zeitwerte fallen. Nein, in dem Falle verkauft ihr die langen. Das war es heute zum Thema Liebsoptionen. Wer mehr wissen will, schreibt mir seine Fragen, seine Kommentare einfach hier unten rein. Dann nehme ich das alles mit auf. Tu sie meine Liste rein von Videoideen, die ist mittlerweile so hier. Die wird immer länger, nichtsdestotrotz, alles wird bearbeitet. Dann sehen wir uns demnächst wieder hier an diesem Kanal. Vielen Dank für eure Zuschauer, für eure Mitarbeit, für eure vielen Fragen, Anregungen und die vielen positiven Rückmeldungen. Das freut mich wirklich sehr. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.